Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer und Planet Zoo Fans, zu einem neuen Part Planet Zoo. Ich habe hier meinen eigenen Zoo, den ich jetzt beobachte, während ihr meinen zweiten Part von Planet Zoo anschaut, den ich ja in einem Stück aufgenommen habe. Und, ja süß, das ist hier der Finn, der begrüßt euch auch. Hallo Finn, huu, hallo, da, ja, fein. Der begrüßt euch auch und wünscht euch viel Spaß jetzt bei dem Let's Play. Diesen Part wird es noch so sein wie im letzten, aber wahrscheinlich im nächsten mache ich dann mal, dass ich einfach aufnehme und danach das Ganze kommentiere. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und hoffe, euch gefällt das Spiel auch so sehr wie mir. Aber wir haben es jetzt geschafft, Silber. Sehr, sehr gut, es heißt... Affentheater. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen werden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Gut, statten wir den blauen Faun einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Ja, das ist alles sehr schön. Ich habe jetzt schon einiges geschafft und jetzt fehlt halt nur noch hier eine Glaswand. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen darf. Aber leider hier in dem Tutorial scheint das nicht möglich zu sein. Oder ich verstehe irgendwas nicht, was ich verstehen müsste. Ja, okay. Wir widmen uns jetzt der letzten großen Aufgabe hier in diesem Tutorial. Ich bin ja jetzt schon Vollprofi, was das hier alles betrifft. Mal gucken, was jetzt kommt. Wähle einfach einen Pfau aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Oh, Pflanzen. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Ja, okay. Öffne den Bereich Soziales Wohlbefinden für mehr Details. Soziales Wohlbefinden, okay. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Ah. Dieses kleine Problem löst du, indem du drei weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Ist das ein Männchen? Du weißt ja, wie das geht. Siehst du, der Mann, der braucht wieder vier Frauen hier an seiner Seite. So, und ich weiß jetzt, wie das geht. Ah, hier ist doch schon eine, oder was? Hey, hallo. Hier, Frau V. Ja, die Männchen sehen mich bei den Pfauen besser aus. Das sind die, die das tolle Kostüm dann anhaben und das dann so aufmachen. Wenn es in die Paarungszeit geht. Und, ja, müssen ja irgendwie Eindruck schinden, ne, die Jungs hier. Das ist der stolze Faunhahn. Krass, dass sie so ein Tier hier reingemacht haben. Cool. Okay, also, wie geht das nochmal? Tiermarkt. Was ist denn das? Wo sehe ich nochmal? Mann, Frau. Achso, die nehmen wir alle. Wir nehmen alle drei. Alle drei. Und an den Zoo senden. Direkt hier in das Gehege. Ja, alles schon passiert. Und wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Also, die haben hier auf jeden Fall was. Och, süß. Oh, hier ein Grafikeffekt. Naja. Die haben hier was zu sehen, zu spenden. Rennen die da hinten? Ja. Dann sollen die die jetzt auch mal bringen. Öffne das Tier in den Gehege zu platzieren. So, alle auswählen. Verschieben und hier rein. gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleoparden- Weibchen etwas möglich wären. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Das ist echt cool hier, das Gehege. Das ist ja richtig schön. Und dann auch hier diese Figuren. Sehr cool. So, der Schneeleopard. Wo ist er? Wo ist er? Da hinten in der Ecke ist er. Ich habe mir das alles noch gar nicht genau angeguckt hier. Ach, das läuft so schön flüssig im Gegensatz zu Planet Coaster. Hier ist halt nicht so viel an Objekten bis jetzt im Park. Wo ist er denn, der Schneeleopard? Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegsspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung, ne? Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leoparden-Heatmap. Ach, hier hat das geklappt. So, aber wie ist das jetzt hier? Ich will das jetzt auch mal, dass das hier auch klappt. So, ein Weg. Zack. Das geht nämlich nur an den vorgesehenen Sachen irgendwie dafür, glaube ich. Irgendwie ist das komisch. Ich blick da noch nicht ganz durch. Öffne die Temperaturansicht. Die Temperaturansicht. Okay. Ja. Schalte die Temperatur-Heatmap ein. Okay. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Gehege? Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt. Klimaanlage. Aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehegestrom. Was war denn das eben? Klimaanlage. Aber ich würde jetzt gerne auch nochmal den, auch wenn ich es jetzt hier grob sehe, ich sehe jetzt den Radius hier eigentlich gar nicht. Aber ich mache das mal hier hin. Und hier hinten mache ich auch nochmal einen hin. So, und jetzt? Was ist mit Strom jetzt, oder was? Ich füge drei Klimaanlagen hinzu. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Zieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Also man kann hier doch ganz schön viel machen. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Gelände. Ja, ist jetzt nicht ganz optimal. Aber warum geht die da hinten noch nicht an? Das kriegen wir hin. Aber ist doch schon, eigentlich jetzt ist ja schon ganz gut so weit. Die könnte ja eigentlich weiter hier hinten hin, ne? Egal, ich lasse das jetzt so. Okay, äh, Umgebung 0 Grad. Ist ja lustig. Gibt es sowas in echt auch? Man weiß es nicht. Erhöhe das Wohlbefinden für Gelände auf 100%. So, wo ist denn das Viech? Wo ist der Lappin? Wo bist du? Da. Äh, Gelände. 71%. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Gras. Ah, siehst du, ich habe das gelernt. Jetzt muss ich nämlich bei Gras gucken. Wir brauchen, äh, weniger Gras lang. Und wir brauchen mehr Schnee. Mehr Schnee und weniger Gras. Das kriegen wir hin. Gelände. Schnee. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Schnee. So. Weniger Gras lang. Also ich könnte ja auch einfach mal das Ding hier größer machen. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zug geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Boah, hier die Giraffen. Das haben wir alles noch gar nicht angeschaut. Überhaupt. Das ist wunderschön gemacht hier alles. Wo ist denn eigentlich der Bahnhof? Hier. Hier ist eine Warteschlange, wie in Planet Coaster gemacht. Gucken wir mal kurz hier in diese allgemeine Geschichte rein. Der müsste jetzt auch glücklich sein. Das einzige, was halt noch nicht geklappt hat, ist wirklich dieses Fenster an dem... äh... ein Gehege da. Äh... Zoo. Aha. Tierbewertung. Hier findest du deine Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Um 20, 32 Jahre. Stimmt, kannst du mithilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Sehr schön. Finden. Ah, Elefant. Hallo sagen. Hallo. Elefant. Oh. Ja, hier war rein durch uns. Ähm, was soll ich jetzt machen? Einfach so mich kümmern, oder was? Tier ist hungrig. Ist hier kein Essen? Uh. Also, jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist doch hier was zum Fressen, ne? Futterspender ist leer. Das sind jetzt... Jetzt kommen die Probleme auf mich zu. Und ich hab keine Ahnung, was da los ist. Das muss ich jetzt echt mal verstehen. Wo ist denn hier der Mitarbeiter, der das Gehege hier bestückt mit Essen? So, Warnung. Tierpfleger rufen. Tiere 5. Was heißt das hier? So, wo ist denn der Tierpfleger? So, da kommt jetzt irgendwer. Irgendwer? Was ist das hier für eine? Die überprüft die Tiere nur. Mhm. Dann sind wir schon ruhig, ne? Ja. Ja. Okay, ich will aber... Ich hab einen Tierpfleger gerade gerufen. Der kommt hier auch prompt an. Und ich hoffe, dass der jetzt auch bereit ist, hier mal Nahrung reinzumachen. Aber er holt erstmal einen Staubsauger raus. Wo will er damit hin? Flump. Wo geht er hin? Der soll jetzt hier mal Gas geben. Der soll jetzt hier Nahrung reinmachen. Aber da kommt einer. Der macht das. Und irgendeiner nämlich von den Vonen hier ist nicht glücklich gewesen. Da. Der. Ganz viel Hunger und kommt auch an. Das ist wie bei den Katzen bei uns zu Hause. Die kommen dann auch direkt an. Wenn es Essen gibt, dann ist die Hölle los. So. Und jetzt werden auch die Tiere hier glücklich. Pflanzen ist noch nicht so ganz. 37 Prozent. Formschnittvogel. Europa, Afrika, Asien. Äh. Natur. Pflanzen. Machen wir mal einen Filter nochmal an. Formschnitt. Grasland. Was ist das hier? Tropen. Ah. Tropen. Äh. Asien. Sollte ich jetzt hinmachen oder was? Asien, Tropen und Formschnitt. Grasland. Grasland. Hab ich da nicht eben was anderes gelesen? Okay. Gut. Dann machen wir hier mal noch was rein. Oder was heißt das denn hier? Bepflanzung. Pflanzen als Bepflanzung sind in diesem Tier zu wenig geeignet. Hä? Aber das sind doch die hier, oder was? Okay. Ich mach mal hier so einen Busch hin. Ist das jetzt schlechter geworden? Halt mal. Hab ich mich wieder verlesen? Hab ich mich wieder total verlesen? So. Komm doch mal her, du Gockel. Komm her. Das ist echt kompliziert. Also ich find's gerade ein bisschen kompliziert. Bepflanzung. Ideale Pflanzenauswahl. Gemäßig Tropen. Graslandschaft. Und warum war das jetzt schlecht eben, als ich das gemacht habe? Gras kurz. Was? Braucht weniger Gras kurz. Ich mach immer falsch rum. Also ruhig mehr Gras lang von dem aus gesehen. So. Gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Jetzt ist das doch schon mal grün hier, ne? Jetzt fehlt nur noch Pflanzen. Also Pflanzen ist aber echt eine schwierige Nummer, finde ich. Formschnitt Vogel. Asiatisch. Gemäßigt. So. Wo ist der? Gemäßigt. Tropen machen wir mal weg. Was passiert jetzt, wenn ich hier so einen hinmache? Dann geht das runter. Ich versteh nicht, warum das dann runter geht. Ideale Pflanzenauswahl. Gemäßigt. Tropen. Graslandschaft. Gemäßigt. Gemäßigt oben. Graslandschaft. Hä? Warte mal. Egal. Ich mach einfach mal. Ich mach jetzt einfach hier noch ein paar hin. Weil der untere geht ja höher. Der untere geht höher. Zack. 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 Nee, passiert aber nix. So. Ich mach jetzt mal radikal. Ich mach mal radikal gerade, ne? Ich mach das Ding hier mal raus. Oh. Nee, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Rückgängig. Hä? So, weg damit. Ich mach mal ein bisschen was weg. Ja, alles wird gut, mein Freund. Alles wird gut. So. Was passiert jetzt hier, wenn ich das jetzt gemacht habe? Ich muss ja forschen, wo dran es liegt. Ah! Auf einmal gefällt es ihm. Er braucht mehr freie Fläche. Oder die Pflanzen haben ihn einfach gestört oder sowas. Ich kann es nicht genau erklären. Das sind also Sachen, wo ich noch ein bisschen dahinter steigen muss. Aber jetzt sind sie doch glücklich und zufrieden. So wie es aussieht. Ich bin auch glücklich und zufrieden. Ach, süß. Die Schildkröten. Hier muss man überall noch so ein bisschen was machen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, zu viel für das erste Video. Planet Zoo mit mir hier. Kann man eigentlich die Gäste auch so wie damals aus ihrer Perspektive und so? Ah, schön. Hier kann man das auch nochmal aus der Perspektive sehen. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal auf mit dem Video. Das war jetzt wahrscheinlich schon relativ lang. Ich musste das doch zusammenschneiden am Ende. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Und ich muss mal gucken, womit ich dann hier weitermachen werde im Spiel. Es gibt ja noch andere Modi. Man kann wahrscheinlich auch einfach so einen Park aufbauen. Wie auch immer. Aber ich denke mal, ich muss mich da noch so ein bisschen rantasten. Mein Ersteindruck ist auf jeden Fall von der Optik und von dem Spiel an sich her sehr gut. Und vor allen Dingen im Gegensatz zu Jurassic World Evolution hat man hier, glaube ich, viel mehr zu tun. Viel mehr Möglichkeiten. Man kann hier mehr individuell machen. Und die Tiere brauchen wirklich viel Zuneigung und Liebe. Also wer die Sims mag, der wird hier wahrscheinlich auch schon mal richtig sein. Da muss man sich halt um die Tiere kümmern. Und die Menschen sind dann so im Hintergrund, ja, die freuen sich dann. Ja, also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Guckt auch gerne in meine anderen Videos rein. Planet Coaster, FIFA. Und in nächster Zeit bestimmt noch das ein oder andere Planet Zoo Video. Ich will mir das noch ein bisschen weitergeben. und mal gucken. Siehst du, da fehlen die Objekte, glaube ich. Handys oder sowas. Manchmal klappt das nicht so ganz. Ja, also, sehr schönes Spiel. Wunderschön animiert alles. Und ich bin gespannt, was es noch so alles zu bieten hat. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr es nicht eben schon gesagt habt. Macht's gut, bis dann. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.